Und wir Läuferinnen und Läufer im letzten Jahr eine sehr schöne Summe zusammenzubekommen für die Deutsche Knochenmark-Spender-Datei. Und da hat man nicht nur der kleinen Lisa helfen können, sondern in dem Fall natürlich auch deutschlandweit. Und ich freue mich, dass alle Vertreterin dieser Deutschen Knochenmark-Spender-Datei bei uns ist. Mit eurem Applaus, dass auch ein bisschen was wird von unseren Startern, begrüßen wir Frau Einke, Sölder und Tau. Herzlich Willkommen! Letztes Jahr, wie gesagt, gab es die Initiative. In diesem Jahr freuen wir uns, dass wir zusammen mit der SFGmbH einen wunderbaren Scheck übergeben können. Es soll ein Anstoß sein für viel, viel mehr, dass jeder von uns das auch im Hinterkopf berät, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Nicht nur, wenn es nur ein Einzelschicksal in der Region oder auch in jedem Stadtteil geht. Und deswegen freue ich mich, dass der Herr Tauber bei uns ist, als der Geschäftsführer von der SFGmbH. Herr Tauber, herzlich Willkommen! Das ist der Mann, dem wir all das hier zu verdanken haben. Herzlichen Dank und herzlich Willkommen!